Herzlich willkommen beim Länderspiegel. Wir freuen uns mit euch, es geht weiter. Hashtag Rock am Ring twitterte heute Vormittag die Polizei Koblenz. Also zum Glück Entwarnung, nachdem das Musikfestival gestern Abend wegen Terrorverdachts unterbrochen worden war. Drei verdächtige Männer wurden vorläufig festgenommen, das Gelände komplett durchsucht. In den Köpfen vieler Fans sicherlich der grausame Anschlag von Manchester. Zehntausende Besucher verließen zwar enttäuscht, aber beeindruckend friedlich das Festival. Und zur Stunde wird wieder gefeiert nach dem Motto Jetzt erst recht. Angela Epphardt. Na, das ist doch richtig so. Tumultartige Szenen spielten sich am Mittwoch ab an einer Berufsschule in Nürnberg. Rund 300 Menschen, vor allem Schüler, versuchten die Abschiebung ihres Schulkameraden nach Afghanistan zu verhindern. In ein vermeintlich sicheres Land, in dessen Hauptstadt am selben Morgen eine verheerende Autobombe explodierte. Und auch heute starben in Kabul bei einem Anschlag auf einer Beerdigungsfeier mindestens 20 Menschen. Die Bundesregierung hat die Abschiebungen nach Afghanistan vorläufig ausgesetzt. Doch die Abschiebungsdebatte wird nun besonders hitzig geführt. Bernd Nied berichtet. Genau heute vor fünf Jahren wurde der neue Berliner Hauptstadtflughafen feierlich eröffnet. Tja, so lautete zumindest der Plan. Terminverschiebungen lösen heute nur noch ein leichtes Kopfschütteln aus. Dennoch fragt man sich, was ist seit 2012 auf der Baustelle eigentlich passiert? Kleiner ist das Chaos offenbar nicht geworden. Im Gegenteil. Leidtragende sind vor allem die Geschäftsleute wie Restaurantbesitzer, die seit Jahren in der Warteschleife hängen. Katrin Lindner berichtet über Deutschlands Dauerbaustelle und ist dafür, klar, mit dem Zug angereist. Schon unglaublich. Heute am Pfingstsamstag sind vielleicht auch einige von Ihnen durch ein paar Läden gebummelt. Wobei, mal ehrlich, in vielen Fußgängerzonen herrscht er Tristesse. Immer mehr kleine, individuelle Geschäfte machen dicht. Heutzutage wird er geklickt statt geschoppt. Im wunderschönen Dinkelsbühl wollen deshalb nun Investoren die historische Innenstadt reanimieren. Mit einem Romantik-Outlet. Vorbild ist Bad Münstereifel. Seit drei Jahren ist dort die gesamte Altstadt eine Schnäppchenmeile. Geniale Idee oder wird die Seele einer Stadt verrammen? Aufs Fahrrad umsteigen klingt löblich. In Wiesbaden sollte man es dennoch lieber lassen. Denn Hessens Landeshauptstadt wurde laut ADAC zur fahrradunfreundlichsten Stadt Deutschlands gewählt. Radeln ist dort zum Teil lebensgefährlich. Ganz anders in Münster. Die Studentenstadt belegt Platz 1 im Ranking. Breite Radwege, klar markierte Spuren und gar ein eigenes Fahrradparkhaus. In Lebensgefahr bringen sich die Radler höchstens selbst. Denn einige halten Verkehrsregeln offenbar für überflüssig. Die Polizei geht in Münster regelmäßig auf Fahrradstreife und hat ordentlich zu tun. Matthias Hoffmann berichtet. Ganz schön streng. Sie kamen in Anzug und Gummistiefeln. Einer der ersten gemeinsamen Auftritte nach dem Start der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg vor einem Jahr war kein schöner Anlass. Ministerpräsident Kretschmann und sein Vize Strobel besuchten den Katastrophenort Braunsbach. Eine Schlammlawine hatte nach heftigen Unwettern das halbe Dorf weggerissen. Diese Woche kamen die Politiker erneut und bestaunten den Wiederaufbau. Kretschmann lobte vor allem den Zusammenhalt der Braunsbacher. Und wie steht es um den Teamgeist in der Kiwi-Koalition? Hilke Petersen zieht Bilanz. Ein Jahr grün-schwarze Koalition im Südwesten. So, und wir machen jetzt einfach mal blau. Und wo könnte man das besser als im blauen Land rund um Murnau? Gerade jetzt an den Pfingsttagen ein wunderschönes Reiseziel. Hier kommt die Seele schon auf den ersten Blick in Urlaubsstimmung. Blaue Berge, blauer Himmel, blaues Wasser. Kein Wunder, dass am Staffelsee viele Künstler genau ihre Staffelei aufgestellt haben. Herrlich, einfach blau machen würde auch Trump gerne mal. Der Stress im Weißen Haus ist ja viel greater als vorher im Trump Tower. Da weiß der Präsident noch weniger, was er tut und vor allem twittert. Viel Stress hat ja jetzt auch der rote Hubertus, der neue Heilsbringer der SPD. Freie Zeit hat hingegen nun Thomas Tuchel, allerdings eher unfreiwillig. Na denn, wir düsen weiter ins Wochenende und werfen wie immer mit einem Augenzwinkern einen Blick in den Rückspiegel. Und ich muss Sie nun auch auf nächsten Samstag vertrösten, denn wir machen sozusagen auch blau. Dafür geht es hier nun weiter mit Menschen das Magazin und danach gibt es Mona Lisa. Genießen Sie das lange Pfingstwochenende und machen Sie es gut. Tschüss.